Herzlich Willkommen zum 81. Strindler FIFA Champions League dabei ist natürlich wieder ein Ending Ich bin es Herr Präsident Olympik League gegen Barcelona Wie sieht es hier aus außer für Barcelona Arsch der Welle? So sieht es aus zwei Punkte hat Barcelona derzeit Neo hat vier Punkte Beide umgeschlagen gegeneinander treten sie hier an Schauen wir mal Was die Partie verspricht Französisch spanisches Duell Barcelona war eigentlich bis jetzt immer weitergekommen Was ich mich erinnern kann Ja Diesmal ist es ernsthaft in Gefahr Sollten hier keine vollen Punkte folgen eigentlich Ja Barcelona immer dabei gewesen Viele sind das nicht mehr Vier Mannschaften nur die immer dabei waren Wow Wie war es teure zufällig? Ja Barcelona, Southampton, Dortmund und Real Madrid Und da der erste Spielzug von Barcelona Oh Oh Scheiße Das hätte ich jetzt aber auch anders gesehen Inwiefern Na das war für mich an einem Meter Koli von hinten ran Na ich glaube Ich glaub der Meiner hat ihm nicht gut erwischt gehabt Ich glaube ich gar nicht mehr berührt gehabt Ah ok Er war als erster dran und hat aus der Drehung quasi Aber guter Beginn für die Katalanen Oh Super, super, super 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 Ivory chi heran ließen technisch das ist natürlich auch eher ein größer unterschied zwischen den beiden satz 18 gegen platz 2 dann ist er jetzt wenn er gefallen wird dann jetzt weil es der das du mir ja ein scherz der menschkumpel gut hat sich ein bisschen mit fallen lassen aber ja gut das gehört dazu oder jetzt hat es sich fallen lassen können ja also da war 50 millionen schwer gegen die katalanen das ist noch ein punkt durch gegen miller gegen die wuppe oh nein nein ja ja man hält man hält lopez bis zu der post fragt mann da die abstimmung und dann gott sei dank leider wichtig dass er da noch dran war leider hat er nicht gleich genommen wenn er den gleich abzogen wird na der art mit dann weiß man halt nicht was für ein stand die haben zurzeit aber leopold ist schon eine größere sogar einen punkt zu holen das kann man schon mal gut ansehen er mit leo würde ich sagen er und rapide sind er die punkte holen müsste ja falsche richtung ich habe ich wollte jetzt nach links verteidigen tun bin ich vorbeigelaufen jetzt sagt mir muss man diese chancen machen bin ich so dass so nubig oder ist das also die eine hätte es auf jeden fall machen müssen mit messi und die ja was jetzt nicht immer die machen muss das haben wir jetzt nicht so so sehe ich das jetzt nicht oh also die mit messi zuerst hättest du machen müssen ok mal dort das alle zarte weil du das nicht einmal noch vor sofort abziehen müssen ja das war noch kein verdardiger da ja boah aber sagen wir so es geht in eine richtung und es steht noch immer 0 0 also ja an zwei hättest du vielleicht schon machen können zum spielverlauf ja was war man ja oder was dahinter ist noch die ganze verteidigung gestanden wahrscheinlich zuerst losgelaufen wie ja gut 0 zu 0 ist ein pausenstand zwei schüsse und sechs davon aufs tor also also man da müsste dann schon da ein oder andere vielleicht ins tor finden so jetzt ich meine ich habe jetzt nicht alle chance im kopf was ich analysiere jetzt nicht eine chance wenden spiel vor allem in sektisch wird und so dann sind wir nicht auch mehr auf sie aber aber ich sage wenn man sagt alle da jede dritte schuss aufs tor sollte zumindest sehr gefährlich sein und das nur waldschüsse sind okay aber aber mal gut vom weg hier oder oder mal na gut er ist der wechsel bei leo die werden hier auf jeden fall einen punkt zufrieden oder was was ich glaube schon dass das ball spiel war oh ja 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 So, das ist der Wechsel. 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 Feuerwerk stark. Nein, nicht so. Ja, irgendwie hat Leo hier diese drei Punkte ergattert. Damit haben sie sich ein Beinmal in die nächste Runde gestellt. Das war's für heute.